Ernst Christoph von Nassau war ein preußischer Generalleutnant und Ritter des Schwarzen Adlerodens. Familie Ernst Christoph von Nassau entstammt einer schlesischen Familie aus dem Haus Hartmannsdorf bei Glogau. Das Anwesen wurde 1600 von seinem Großvater Ernst von Nassau gekauft. Sein Sohn Christoph Erdmann war schon mit ihm in sächsischen Diensten als Kornett und starb als sein Generaladjutant und preußischer Hauptmann. Mit ihm erlosch diese Linie wieder. Nach dem Tode seiner Frau lebte Ernst Christoph mit der Witwe eines Wachtmeisters seines Regiments, Maria Elisabeth Bibisch, zusammen. Mit der er drei Kinder hatte, Anna Franziska Karoline, Georg Ernst Christoph und Friedrich Josef Alexander. Die Söhne wurden durch das Legitimationspatent vom 5. Februar 1787 legitimiert. Die Tochter war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. In Kraft trat dieses Patent aber erst 1804 für die, damals noch lebenden Enkel, den Leutnant Josef Ludwig August und die Enkelin Elisabeth Säzielier. Verehelichte von Schmigelski, der dritte Enkel, Anton, war desertiert und wurde daher von der Standeserhöhung ausdrücklich ausgeschlossen. Beigesetzt wurde der Generalleutnant Ernst Christoph neben seiner Frau in der evangelischen Dreionfaltigkeitskirche zu Sagan. Von der aber nur der Turmstumpf den Zweiten Weltkrieg überstand. Ernst Christoph hatte mindestens zwei Brüder. Leben Nach seiner Studienzeit ging Nassau freiwillig in die preußische Armee. Er kämpfte mit ihr in Flandern und Brabant. Danach wechselte er in hessische Dienste, musste die aber wieder verlassen, da er sich auf ein Duell eingelassen hatte. Er war danach in der kursechsischen Armee. Er wurde Major und bekam die Freikompanie des Grafen Promnitz zu Sorau. Schon bald wurden seine Talente erkannt und er wurde Oberstleutnant der Kavalerie sowie General- und Gouverneursadjutant in Dresden, wo er dem Feldmarschall von Wakaba zugeteilt war. Diese machte ihn schon bald zu seinem Generaladjutanten und beförderte ihn zum Oberst der Kavalerie. Dazu bekam er die Erlaubnis ein eigenes Kürassier-Regiment aufstellen zu dürfen und dabei aus allen Kürassier- und Dragona-Regimentern zu rekrutieren. Bei der Aufstellung des Regiments wurden nur holstalner Pferde verwendet und alle Soldaten waren mit blank geschliffenen Kürassieren ausgestattet. So entstand eines der prächtigsten sächsischen Regimenter. Es wurde beim Rhein-Feldzug und im Krieg in Polen eingesetzt. Nach dem Tod von August II. von Sachsen kam es zwischen ihm und den Ministern Bül und Sojkowski zum Streit um die Zukunft der Armee. Daraufhin beantragte er seine Entlassung und erhielt sie auch. Der preußische König Friedrich der Große nahm ihn gerne auf. Er ernannte Nassau zum Generalmajor, durfte ein Dragona-Regiment aufstellen und sich dabei bei preußischen und sächsischen Offizieren bedienen. Zudem erhielt er Zehntaler für jeden Mann, den er anwerben wollte. Nassau warb dabei sehr erfolgreich in Sachsen, sodass er binnen kürzester Zeit sein Regiment zusammen hatte. Schon nach drei Monaten hatte er ein Bataillon mit fünf Eskadronen zusammen und ein zweites war im Aufbau begriffen. Allerdings standen noch keine Pferde zur Verfügung, dennoch wurde es in das Lager bei Strehlen befohlen. Wo es unter den Oberbefehl von Feldmarschall von Schwerin kam, im Ersten Schlesischen Krieg kämpfte das Regiment in Schlesien, Böhmen und Meeren. Er war bei der Belagerung von Neiße und der Eroberung von Olmütz dabei. Zudem konnte es sich bei den Kämpfen in Oberschlesien auszeichnen. Im Zweiten Schlesischen Krieg war sein Regiment die Vorhut der Armee des Fürsten Moritz von Anhalt des Au. Der König war sehr zufrieden und so bekam der General nach der Eroberung von Prag 1744 ein Chor von 8.000 bis 10.000 Mann, mit denen er die Umgebung sichern und die dortigen befestigen, besetzen sollte. So besetzte er am 21. September 1745 Tabor, am 24. September 1745 Budweis und am 1. Oktober 1745 Fraunberg. So war er 4. Oktober wieder in Wudnian bei der Hauptarmee. Nachdem die Preußen sich unter dem Generaleinsiedel aus Prag zurückziehen mussten, sollte er zunächst Kolin besetzen und so den Nachschub sichern und sich später mit ihm bei Markelissa treffen. Ihm gelang der Rückzug durch die feindlich Linien von Kolin bis nach Königgrätz, wo der der König mit seiner Armee eingeschlossen war. Friedrich II. war hoch erfreut ihn zu sehen, zumal der Rückzug von Prag katastrophale Verluste bedeutete. Dafür wurde er zum Ritter des Schwarzen Adlerordens ernannt. In der Schlacht bei Hohenfriedberg kommandierte er den linken Flügel und konnte viel zum Sieg beitragen. Danach bekam er wieder ein Chor aus 8.000 Mann und wurde nach Schlesien geschickt, wo er gegen ungarische Truppen kämpfte. Er eroberte die Festung Kosel und nahm die Besatzung von 3.000 Mann gefangen. Zudem besetzte er Patschgau, Neustadt, Kleinglogau, Lübschitz, Jägerndorf, Tropau und oder Berg. Dabei besiegte er das Dragona-Regiment Sachsen-Gotha und eroberte drei Standarten sowie das Regiment Filibert, welches eine Standarte verlor. So konnte er bis zum Ende des Krieges in den Winterquartieren in Frankenstein bleiben. Für sein erfolgreiches Vorgehen wurde er 1744 zum Generalleutnant befördert. Zudem wurde er am 5. März 1746 in den preußischen Grafenstand erhoben und bekam er vom König eine goldene Tabaktiere mit einem persönlichen Dankschreiben. Für sein Wirken wurde sein Name 1851 auf einer der Ehrentafeln am Reiterstandbild Friedrichs des Großen verewigt. Werke über seine Erlebnisse während des Zweiten Schlesischen Krieges hat er Tagebuch geführt. Das wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Beitrag zur Geschichte des Zweiten Schlesischen Krieges 1780